Ziemlich jeder Typ 2 Diabetiker weiß, was das hier ist, ein ganz normales Blutzuckermessgerät. Das ist vermutlich auch dein täglicher Begleiter, außer du hast natürlich einen Sensor am Arm. Aber jeder hat damit mit Sicherheit schon mal gearbeitet. Aber nicht nur das ist vielen Typ 2 Diabetikern bekannt, sondern auch sowas hier zum Beispiel. Ja, Blutdruckmessgerät, weil ja viele auch Blutdruckprobleme haben, bereits schon Medikamente nehmen oder auch erhöhte Cholesterinwerte, Fettleber. Viele Problemchen, Schlafprobleme, alles mögliche. Und viele dieser Dinge sind aber den meisten gar nicht bewusst, dass das wirklich Erkrankungen sind, weil das meiste davon für sie schon ganz normal geworden ist. Ich unterhalte mich natürlich mit sehr, sehr vielen Typ 2 Diabetikern über ihren Gesundheitszustand, über ihre Erkrankung, über Nebenerkrankungen, Begleiterscheinungen, alles was sie so beschäftigt, überall, wo der Schuh so drückt. Und ich finde es immer erschreckend, dass vielen zwar klar ist, okay, ich habe jetzt Typ 2 Diabetes, das sollte man ernst nehmen, da muss was passieren. Meine Werte sind sehr hoch. Ich habe auch vielleicht schon mit Symptomen zu kämpfen, Nebenwirkungen von den Medikamenten. Sie machen sich auch Sorgen wegen den Folgen, die da auftreten können im Laufe der Jahre. Aber wenn es dann darum geht, wenn ich nachfrage, was ist denn noch so alles? Ja, gibt es noch irgendwelche anderen Probleme, Erkrankungen? Dann stelle ich leider häufiger als erwartet fest, dass dann gesagt wird, nee, sonst passt alles. Und nach einer nochmaligen Nachfrage stellt sich dann in der Regel raus, dass es eben doch noch einige Erkrankungen gibt, die eben auch noch mit dazu kommen. Wie zum Beispiel erhöhter Blutdruck. Solche Medikamente hier, die werden ja auch mittlerweile schon von den Ärzten verschrieben, wie Bonbons, kann man schon fast so sagen, was schade ist. Das heißt, dementsprechend ist auch die Ernsthaftigkeit dem Gegenüber, auch bei den Leuten, glaube ich, nicht mehr so gegeben, weil erhöhter Blutdruck ist ja auch nicht normal. Das kommt auch nicht vom hohen Alter oder weil man mal irgendwie eine stressige Phase hatte oder ein paar Kilo zu viel hat, sondern das ist ja auch eine Krankheit, die einfach schon signalisiert, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das führt ja auch zu gewissen Konsequenzen, wenn man das Ganze nicht eben mit sowas hier behandelt oder vielleicht auch schaut, wie kann ich denn den Blutdruck wieder normalisieren, weil ich muss ja irgendwas getan haben, damit er sich erhöht. Und am besten wäre es halt, man setzt da an und gibt nicht einfach ein Medikament und drückt auch das wieder künstlich nach unten, wie es halt auch hier mit den Blutzuckerwerten immer so schön gemacht wird. Zum Beispiel hier mit der Metformin. Kennen wir ja alle das Spielchen. Und wie gesagt, das Problem ist halt, vielen ist gar nicht mehr klar, dass Blutdruck ein gesundheitliches Problem ist. Das hat man einfach. Ja, das hat man schon so lange, das ist aber gut eingestellt, genauso wie Cholesterinwerte. Aber man nimmt es nicht mehr als Problem wahr. Man hat sich schon an die Krankheit gewöhnt und nimmt sie nicht mehr ernst. Und dementsprechend, und das ist jetzt der wichtigste Punkt hier, ist auch der Handlungsbedarf gar nicht mehr da, das wieder irgendwie in den Griff zu bekommen. Warum auch? Man lebt ja schon damit. Es ist ja ganz normal, es gehört schon zum Leben. Man macht sich gar keine Gedanken mehr, wie könnte es denn sein, wenn ich diese Medikamenten hier nicht mehr brauche, wenn mein Blutdruck auf einmal wieder auf natürliche Weise sich normalisiert und ich brauche das ganze Zeug nicht mehr. Wenn meine Cholesterinwerte wieder passen würden und ich brauche meine Statinen nicht mehr. Es wird gar nicht mehr wahrgenommen. Also wenn man fragt, hast du außer Diabetes noch irgendwas, dann sagen die Leute nein. Und wenn ich dann frage, wie sieht es mit dem Blutdruck aus, dann heißt es, ach ja, dann nehme ich aber Medikamente. Erhöhter Blutdruck ist nicht was, ich habe mir mal mein Zeh gestoßen, das tut jetzt weh, es wird schon wieder. Irgendwas Banales, was mal so passiert, sondern das ist etwas, was ja das ganze Problem Gesundheit und Erkrankung und Folgeerkrankungen auch noch mit antreibt. Es ist ja nicht so, jetzt hat man auf einmal Diabetes und dann muss man irgendwas machen und hat aber schon seit 15, 20 Jahren erhöhten Blutdruck und erhöhte Cholesterinwerte und der Fettleber, aber da war es noch egal. Das Ganze hat ja auch dazu beigetragen, dass du erst das hier alles nehmen musst, dass du ständig deinen Blutzuckerspiegel messen musst, dass du überhaupt Typ 2 Diabetiker bist. Dieser erhöhte Blutdruck hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, weil das hat dir schon signalisiert, etwas stimmt nicht mit mir. Ich bin nicht gesund. Ich habe bereits eine Erkrankung. Das ist wie beim Autogen schon die ersten Warnleuchten an und du hast sie übersehen oder hast dir gedacht, das ist nicht so wichtig, die Karre fährt ja trotzdem noch weiter. Ja und auf einmal kam Diabetes mit dazu, dann hast du dir gedacht, oh jetzt muss ich vielleicht doch mal in die Werkstatt. Dann fängt man im besten Fall an, das langsam ernst zu nehmen. Viele machen es dann immer noch nicht. Ja, die haben halt dann noch eins mehr, ist ja egal. Ich nehme eh schon Medikamente, ob ich jetzt noch eins dazunehme. Guck her, es spielt doch keine Rolle. Eins mehr oder weniger ist jetzt auch schon egal. Und dann geht es so weiter und weiter und irgendwann wundern sich die Leute, warum es ihnen schlecht geht, warum sie immer mehr Medikamente brauchen, warum auf einmal die ganzen Folgeerkrankungen kommen. Und dann ist auf einmal Not am Mann. Dann muss es schnell gehen. Ja, aber du hast es halt schon über Jahre übersehen, hinweg gesehen drüber. Es war dir egal. Aber dann kommen halt irgendwann mal die Konsequenzen. Und das will ich dir hier jetzt mal ins Bewusstsein rufen, wenn du eben auch schon erhöhten Blutdruck hast und Cholesterinwerte und eben nicht nur hier ständiges Messen, Blutzuckermessen, Typ 2 Diabetes. Das ist auch ein Problem. Jedes Medikament, was du nimmst, sagt dir ja nur, ich habe ein gesundheitliches Problem. Das ist nicht einfach so, die nehme ich halt, die Medikamente, weil die jeder nimmt. So jeder in meinem Alter hat einen erhöhten Blutdruck, ganz normal. Ist es nicht. Es ist nur normal, wenn man sich natürlich dementsprechend verhält. Da müssen wir uns aber auch nicht wundern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das schon die ersten Zeichen sind, dass sich da irgendwas anbaut. Und besser wird es nicht von alleine. Mit diesen Dingen wird es nicht besser, weil die werden genauso immer mehr im Laufe der Zeit. Na ja, dann gibt es noch zweite mit dazu. Dosierungen werden erhöht. Genauso wie bei den Diabetes-Medikamenten. Und deshalb muss auch hier eine gewisse Ernsthaftigkeit mit rein. Sobald man merkt, eine Warnleuchte geht an, Blutdruck ist erhöht, ich brauche ein Medikament, Cholesterin ist erhöht, ich brauche ein Medikament, Typ 2 Diabetes, ich brauche Medikamente, das sind alles Warnsignale. Und man sollte auf jedes einzelne reagieren. Und nicht sagen, oh, ab 5 wird es dann ernst. Wenn ich 5 Krankheiten habe, dann fange ich an irgendwas zu machen. Oder wenn die eine so schlimm wird, dass ich irgendwann im Krankenhaus liege, ja dann muss ich was tun. Nein, du solltest sofort was tun. Diese ganzen Dinge hier, diese ganzen Medikamente, da nehmen ja manche schon Medikamente, die können die gar nicht mehr aufzählen, weil sie gar nicht mehr wissen, was das alles ist. Und keiner kennt sich mehr aus. Und das wird dann zum Teil einfach so genommen, über Jahre hinweg. Und manche braucht man vielleicht gar nicht mehr. Die waren mal vorübergehend, hat man die genommen, weil es gerade Notarmann war, dann hat man vielleicht auch ein bisschen was verändert. Aber es wurde nie mehr hinterfragt. Man hat die einfach weitergenommen, obwohl man sie gar nicht mehr brauchen würde. Viele Ärzte fragen da auch nicht nach. Da wird es einfach weiter verschrieben, weiter verschrieben, weil funktioniert ja, scheint es ja wieder gut zu gehen. Das finde ich auch ein bisschen schwach. Da wird einfach nicht gesagt, hey, vielleicht brauchen wir die nicht mehr. Jetzt setzen wir die mal wieder ab oder reduzieren sie. Vielleicht zum Beispiel der Blutdruck, vielleicht hat sich der schon wieder normalisiert. Vielleicht funktioniert es auch wieder ohne Medikamente. Wird halt selten mal getestet. Und dann bleiben Leute ihr Leben lang auf Medikamente, die sie vielleicht gar nicht brauchen würden. Da muss man selber dahinter sein. Und wenn du eben weißt, ich nehme ganz schön viel und dir jetzt auch bewusst ist, dass das alles Krankheiten sind. Das sind alles Probleme, die du mit dir rumschleppst. Und du nimmst da, ohne zu hinterfragen, ständig deine Medikamente, die du vielleicht nicht mehr brauchst, hinterfrag das mal und sprich da vielleicht auch gerne mal mit deinem Arzt, ob das überhaupt noch notwendig ist. Und nimm wirklich jede deiner Krankheiten ernst. Jede einzelne davon trägt dazu bei, wo es für dich langfristig hingeht. Und die Konsequenzen brauche ich dir nicht zu erzählen. Die wissen wir alle. Die typischen Sachen sind Herzinfarkt, Schlaganfall. Wollen wir das? Natürlich nicht. Aber der Mensch ist halt so, wir treiben es meistens immer bis zur Spitze und machen uns erst dann Gedanken, wenn es dann soweit ist. Dann ist es aber für viele leider zu spät. Und wie ich immer wieder sage, jedes von diesen Medikamenten unterdrückt ja nur irgendein Symptom. Solange du ein Medikament brauchst, ist noch irgendein Problem in dir, was du noch nicht behoben hast. Und deshalb nimmst du Medikamente, um dieses Problem irgendwie klein zu halten, um es irgendwie zu unterdrücken. Aber es geht nicht weg. Ein Medikament ist kein Wundermittel, was auf einmal deine gesundheitlichen Beschwerden ausknippst. Die sind dann weg. Sie werden nur so gut es irgendwie geht in Schach gehalten. Jede Krankheit ernst nehmen, weil alles birgt irgendwelche Problemchen. Und nicht einfach sagen, das habe ich schon so lange, das ist vollkommen egal. Die Medikamente, die nehme ich, die tun mir nicht weh. Doch, deinem Körper tun sie weh. Auch wenn du es nicht spürst, auch wenn du es nicht siehst, aber das nagt in dir. Ja für ja für ja. Okay, und wir wollen ein langes, gesundes Leben. Und dafür müssen wir natürlich auch ein bisschen was dafür tun. So, dann weißt du hier Bescheid. Wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du sagst, hey, ich möchte nicht nur das Thema Diabetes angehen, sondern möglichst alles unter deinen Hut packen, dann können wir dir natürlich dabei helfen. Schau mal unbedingt auf unsere Website www.peterseidel.com schau dich da mal um, trag dich ein für das kostenlose Beratungsgespräch, füll das sorgfältig aus, das kurze Formular, dann melden wir uns bei dir, dann mach mal einen Termin aus und dann sprechen wir da mal miteinander. Dann kann ich dir mal zeigen, wie du all das im besten Fall reduzieren kannst, vielleicht auch absetzen kannst, damit du einfach mal was Gutes für dich tust, für deinen Körper tust, damit es einfach in die richtige Richtung geht und dass du ein langes, gesundes Leben führen kannst, ohne irgendwie immer mehr abhängiger werden von irgendwelchen Tabletten, Medikamenten und Pillchen, die natürlich alle ihre Nebenwirkungen mit sich bringen. Also, trag dich da ein, melde dich bei uns, würde mich freuen auf dich, da mal mit dir zu sprechen und ansonsten hoffe ich, ich habe dir immer ein bisschen die Augen öffnen können, dass eben nicht nur Diabetes ein Problem ist, sondern Blutdruck und die Cholesterinwerte auch ein Problem sind, auch eine Krankheit, die man ernst nehmen soll. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao, dein Peter. Bis zum nächsten Mal.